Hallo? Ja? Ah, guten Abend. Nein, nein. Nicht, wir haben seit einer Stunde zu. Ja, entschuldigen Sie, ich musste... Guten Tag, sind Sie Dr. Davar? Ja. Ben Mahmoud, Kriminalpolizei. Ist denn was Schlimmes passiert? Es wurde eine Frau tot aufgefunden. Bei der Baustelle am Fluss. Ich hörte es. Der Praktikant wollte öffnen, aber ich hab's verboten. Die Sprechstunde war schon seit einer Stunde vorbei. Das konnten Sie nicht wissen. Wir zeigen Ihnen jetzt die Aufnahmen. Wenn Sie sie kennen, wäre das sehr hilfreich. Sie hatte nichts bei sich, keine Papiere, kein Handy. Das ist sie. Sie war nie in meiner Praxis. Kennen Sie inzwischen auch die Todesursache? Das geht Sie nichts an. Die Ermittler sind wir, nicht Sie. Ich hab meine Finger an deine Schläfen gelegt. Dein Herz schlug in diesem Moment doppelt so schnell wie vorher beim Pulsmessen. Kurz davor hattest du das Foto von dem Mädchen gesehen. Ist ihr da jemand gefolgt? Und wer hat sie hier am Donnerstagabend gesehen? Ich beschuldige sie nicht. Halt den Mund, du wirst dir nichts erzählen! Sie haben Brian erneut. Sie haben ihn wieder wegen dieses Mädchens angesprochen. Und wir möchten Sie bitten, ihn damit in Ruhe zu lassen. Mir gefällt die Vorstellung nicht, dass sie anonym bestattet wird. Das mag vielleicht stimmen, aber Sie haben sie nicht umgebracht. Das mag nicht, dass sie nicht umgebracht haben. Ich lasse einять, dass sie nicht umgebracht haben.